Hallo ihr Wundervollen, ich möchte euch unbedingt einladen zu diesem besonderen Happiness-Kongress. Dort gibt es ganz, ganz viele wunderbare Coaches, unter anderem auch ich. Und wir haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt mit dem lieben Klaus über das Thema Happiness, wie wir da hinkommen. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Depression und wie ich da rausgekommen bin und was die Hawaiianer damit zu tun haben. Also meldet euch unbedingt an, könnt ihr direkt über den Link machen hier unter dem Video. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Am 20. Oktober geht es los und ja, neben mir habt ihr natürlich auch noch ganz wunderbare Coaches, die euch ganz viel dazu sagen, was ihr alles tun könnt, um mit Happiness zum Erfolg zu kommen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.